Musik 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 Okay, also was sowas angeht, kenne ich hier überhaupt nicht aus. Wenn du Hilfe brauchst, ne? Schrei. Ja. Ich steh hier quasi direkt. Musik Musik Na gut, ich seh jetzt seine Lame-Fleiste. Musik 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 Ich hoffe, du hast den einen trotzdem gekriegt. Musik 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 Also ich finde meine Frise super. Ich weiß nicht, was du hast. Ja. Bist du hier fertig? Warte mal. Ah, ich brauch das noch nicht mal anklicken, ich kann einfach rüberfahren. Ich hab, äh, ich hab fertig. Gut. Ich find's cool mal Taxi spielen zu können. Ich geh da einfach zum Bahnhof und da muss ich warnen. Berichterstatten. Ja. 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 Ich bin so höher als du, ey. Nee. Ich hoffe, ich versuch dich heute wirklich noch dazu zu kriegen, dass du die erste Indie machen kannst. Ich möchte unbedingt mit dir eine Indie laufen. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht. Warte mal. Die allererste ist die, das Tascha. Das Tascha. Die Scheiße. Ich mag die Indie nicht, aber... Komm, die muss ich jetzt hier anlagern. Ja. Ja. Uuuuch. Cool, wenn ich hier mal die Questliste offen habe. Ich fühle mich tatsächlich nicht mehr ganz so unwissend. Ich weiß nur, dass die Quest ist noch nicht auswendig. Ah, warte, warte. Also die Orte, wo ich hin muss. Ja, bin ich leider noch nicht so bewandert wie Luna. Aber Luna hilft Anfängern ja auch regelmäßig. Ja, das stimmt. Ich, du bist mein erster Anfänger. Sie wollte das schon mal mit mir machen, dass wir halt Neulinge einführen. Aber ich bin selber... Okay, ich bin kein Neuling mehr. Ich bin Lehrling, sagen wir es so. Ich bin Lehrling. Klingt besser. Lehrling, so... Zumindest wenn man mein Level mal anguckt. Da klingt Lehrling zumindest ein bisschen besser. Der junge Unternehmer... Der junge Unternehmer... Das war so... ...ner Gleitschuss... ...und dann... ...und dann... ...parte. Das stimmt. Ich könnte mit dir den Faustkämpfer... ...äh... ...den Faustkämpfer mit weiterleveln. Das sieht auch nicht schlecht aus. Wenn müsste das... Ach ja, genau. Also ich finde meine... Jetzt habe ich es jetzt hier markiert. Und dann... Äh... Dann müssen... Ah, ja. Das? Ja. Jo. Oh Mann, oh Mann. Und wie findest du meine Rüstung? Als Faustkämpfer? Als... Als was? Als Faustkämpfer. Wie findest du meine Rüstung? Äh... Joa... Ganz hübsch. Dann kann ich... Ich könnte auch den Druiden weitermachen, aber... Der Druide ist leider offenbar komplett... Na gut, doch. Ich könnte ihn leveln. Aber er ist erst Stufe 3. WAH! Ich bin daran vorbei! Grrrr! So, ja. Weil rein theoretisch... Besonders wäre ich auch so begeistert, wenn Kaya soweit ist. Ja, das stimmt. Ich würde auch gerne den Druiden... Ich hab für den Druiden auch keine Rüstung. Ich würde auch gerne den Druiden weitermachen. Den würde ich eigentlich zu heute... Huch. ...weiter haben, damit ich, wenn Kaya die erste Indie laufen kann... ...mich als Heiler probieren kann. Ich würde... Ne? Ich möchte zumindest den Heiler mit Leuten probieren, die ich äh... Kenne. Druiden sind super. Ja, ich... Ich habe, wie gesagt, jetzt zwei DDs und dann den Druiden. Der Druid ist aber noch auf Stufe 3. Das heißt, damit kann ich noch nicht viel bewirken. Ich habe gerade erst, äh, Vita bekommen. Hä? Das ist der Ort, den du mir markiert hast. Ja, richtig. Aber irgendwie... Gott. Kann der leider nicht helfen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Warte mal. Ich helfe dir gerne, gib Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Oh, danke Mira. Ich werde bestimmt darauf zurückkommen. Weil... Das wäre mein erster Versuch als Heiler. Aber ich muss ihn erstmal leveln. Mir sind die Monster hier aber zu stark zum leveln gerade. Level 7... Level 3... Level 6 Monster... Klöten. Genau. Klöten. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich kann nur sagen, dass wir hier... Ja, laut Karte sind wir hier richtig. Ich kann den Typen von dir ansprechen. Da ist kein Symbol und kein gar nichts. Oder ist... Warte mal. Ich weiß wo. Springen wir hier runter. Aua. Wo bist du denn? Hier unten. Springen wir einfach die Klippe runter. Au. Hopf. Warte mal. Ach, hier ist der... Nette Mann. Ey! Was denn? Ich muss... Ich muss grad mal ausprobieren. Ja! Ich hab das erstmal geheilt. Aha! Fiel mich gut. Sehr gut. Uh, ich könnte... Warte mal. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ich kann, äh, ne Druidenquest gerade abgeben. Weil dann kann ich nebenbei ein bisschen versuchen den Druiden zu leveln. Das... Das ist praktisch, dass ich jetzt wenigstens zwei kleinere Dinge habe. Und ich mit meinem Baden die ganze Zeit rum eiern muss. Ich bin dann immer mal wieder weg und mal bin ich da und mal bin ich weg und mal bin ich da und... ne? Ach, zugrunde ist das voll. Ne, Leute, was wollte ich alles? Äh... Wie viel das ist? Ich hab nämlich auch gar keinen Ausrufsstock für den Druiden. Fällt mir an. Äh... Juhu! Juhu! Stufe 4 Druide! Geil! Äh... Level 5. Habe ich Ausrüstung bekommen? Habe ich Ausrüstung bekommen? Habe ich nicht. Okay. Ich komm dann gleich mal. Wieder. Hier. Äh... Hier. Ich könnte versuchen die komischen Ameisen da zu töten und ein Level abzugattern. Na, weil die hier haben wir doch so wenig Luftschokolade. Meine Avocados sind auch schon alle. Vielleicht kann ich dir ja dabei helfen. Ähm... Ja, bei den Viechern könntest du mir tatsächlich dann helfen. Also ich brauch sie nicht, aber... Äh... Wie viele denn? Jaja, ich... Wie gesagt, ich brauch sie nicht. Das wär jetzt nur zum Leveln. Was musst du denn als nächstes machen? Äh... Vielleicht im Moment. Also... Mir dann einfach gleich mal deine... Klassen und deine Hauptquests nennen. Beine, die du... Postflug öffnen hast. Ich hab nur die... Ich weiß... Ja. In der nächsten Quiz weiß ich leider nicht. Nein! Ganz in der Nähe. Kann man, glaub ich, gut zu Fuß auch... Oh, was ist das denn? Die... Na, Scheiß... Dingens. Warte mal. Na, 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 na. Das war so nicht verabsichtig. Das war so ganz und gar nicht verabsichtig. Die hab ich nicht angegriffen. Ja, die... Die... Die hat einfach... Die hat einfach... Die hat einfach... Und so. Bin wir wieder da? Äh... Ja. Die hat mich einfach angegriffen. Wie ist das manchmal? Das war eigentlich... Ich hab eigentlich nur die Ameise angegriffen. Nicht das Vieh. Ich bin dann mal wieder weg. Aber so ganz ohne Ausrüstung ist das schon ein bisschen scheiße. Nein. 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 Ach, weg. Nein, weg hier. Ich weiß nicht, wo du bist, aber... Ich bin da, wo wir gestatten wollen. Die Aufgabe ist, ich muss dir so Kindern so ein paar Kekse geben. Ach so, ja, dann mach mal. Ja. Ich kümmere mich darum, dass ich meinen... Ruinen hier hochklemmere. Ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Ich suche, was der Fall sein könnte. Okay. 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 Oh, nicht schon wieder die riesen Schildkröte. Ich glaub, sie mag dich nicht. Ja, ich war diesmal auf der anderen Seite. Oh, lass mich, 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 lass mich. Gott. Ich weiß nicht, was diese riesen Schildkröten gegen mich haben, ey. Oh. Stuhlstufe 7. Lass mich das überhaupt? Bitte lass hier jetzt auch keine riesen Schildkröte sein. O-o-o Und halt bitte bei mir, das auf Entsteu Danke. Oder rookie? Da-da-da Da-da-da-da-da Ich muss den Ruin nur einmal kurz auf Stufe 5 kriegen, dann kann ich meine nächste Klassen-Quest machen. Dann würde ich da noch vielleicht endlich mal meine Ausrüstung kriegen. Wo musst du als nächstes hin, dann? Damit ich dich da kurz abliefern kann. Ja, auch die ganze in der Nähe. Soll ich dich hinbringen? Nö, das kann ich, glaube ich, laufen. Okay. Aber ich kann dir auch eben hier noch ein bisschen helfen. Jo, wie gesagt, ich muss nur einmal kurz auf Stufe 5, ich hab's gleich. Jo. Ich kann den nächsten Auftrag annehmen. Und du findest da wirklich allein hin? Ja. Okay. Dann, bis gleich. Bis gleich. Wie gesagt, zur Not, ich hab hier auch deine... Die Haupt-Quest-Liste hab ich offen. Ja, so weißt du... Du brauchst ja immer nur den Namen. Der Quest. Ich glaub zwar nicht, dass ich mit meinem Druiden heute noch auf die Höhe der Inni komme. Aber ich versuch's. Ansonsten sollte ich zumindest mit dem Faustkämpfer rein können. Oh, was ist denn mit dir los? Wüst-Tan. Wüst-Tan? Mensch, du bist ja ganz Wüst-Tan. Was ich mal versuche, mich in die Heiler-Rolle einzufügen. Hm. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, das ist für mich ganz, ganz seltsam. Aber was ich, glaube ich, definitiv... Wie gesagt, wenn nur... Also dann muss die Gruppe nur aus Leuten bestehen, die ich kenne. Äh, dann probiere ich auch den Tank. Aber dafür würde ich echt nur Leute dabei haben, die ich auch kenne. Und mag. Die mir nicht den Arsch aufreißen, nur weil ich Scheiße baue. Weil das ist bei... Ja, das ist bei Fremden immer sehr... Ne? Schwierig. Weil ich würde schon gerne jede Klasse ausprobieren, die es gibt. Aber bei Tanks, ich bin ein ganz schlechter Tank. Halbe Tank, tankt ihr alles. Ja. Hat er sogar schon. Hat er schon ganz oft gemacht. Wie gesagt, ich würde es halt auch gerne ausprobieren, aber... Ich bin froh, wenn ich mich jetzt erstmal hier mit in die... In die Heiler-Roller noch mit einfliege. Als Idee komme ich ganz gut klar. Nicht immer. Aber... Das ist das ein oder andere Mal. Bei mir gerade, der in dieser Inhalt unterliegt eine automatische Stufenanpassung. Achso, warte mal. Stufe 13. Du liegst erst auf Stufe 13 trainieren? Ne. Du wirst auf die Stufe... Äh... Also, wenn du über die Stufe rüber bist, wirst du auf Stufe 13 zurückgesetzt. Ansonsten passt die... Ding ins... Aber ich muss dich einmal kurz aus der Gruppe entfernen, sonst kannst du das Ding nicht machen. So. Ja, sonst kannst du... Kommst du nicht in den Inhalt rein. Das ist, glaube ich, ein Einzelinhalt. Deswegen... Aber nein, du musst ja nicht auf Stufe 13 sein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Stufe 15 wärst, den Inhalt machen würdest, würdest du auf Stufe 13 zurückgesetzt. Und danach wieder hochgestuft werden. Ich hoffe, das habe ich richtig erklärt. Ich meine, es ist so. Da ist schon wieder eine Samt vor dem Chat. Also, sie schreibt mir nicht, aber... Die ist im neulichen Chat. Eine Mia-Samt-Pfote. Wieso heißen alle Samt-Pfote heutzutage? Pass auf, am Ende hat irgendjemand den Trend gesetzt. Oh. Oh. Oh, ein Stein-Golem. Ach, das Ding. Nettes kleines Tierchen. Nettes kleines Tierchen. Hilfe. So. Ich will mich hier nicht lange an den ganzen Tierchen aufhalten. Oh, und wieder Berichterstatten. Ja, da kann ich so hinreiten. Diese Beinchen, ey. Hier ist eine Namenserinnerung gönnen, damit ich dem Trend gerecht werde. Durfte, würdest du einfach auch Samt-Pfote im Namen haben? Na, das wird dann ja was. Na, es sind hier bald alle Samt-Pfote. Stimmt. Kaya hätte dann sich ja eigentlich auch Samt-Pfote nennen müssen. Kaya Samt-Pfote. Oh, Mann, ey. Kaya antwortet gerade nicht mehr. Ja, ich bin gerade etwas konzentriert. Entschuldigung. Echte, Alter. Ich habe auch in der Inni, habe ich auch eine Samt-Pfote kennengelernt. Babu-Samt-Pfote. Das fanden wir beide relativ witzig in der Inni. Da haben wir dann uns nur gegenseitig quasi angesprungen. So nach dem Motto, hier, guck mal. Und ja. War lustig. Oh, Stufe 6. Sehr geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht das aus, ey. Da habe ich nichts für. Schade. Äh, tada. Lass mich raten. Stufe 10. Ja, natürlich. Gut, ich kann also wieder zu dir, weil ich erst mal Stufe 10 erledigen muss. Also erreichen muss. Hier bin ich an die langen Priestergewänder. Ah, na gut. Gibt es irgendwann dann auf höheren Stufen auch schönere Priester-Outfits? Äh, äh, Priester-Outfits? Ist die dann irgendwann? Oder bleiben die ewig so? Joa, okay. Also eher weniger. Also ich bin hier bei dem komischen Bahnhof, wenn du mich suchst. Und du meinst, wo wir gerade gestartet sind? Äh, ja, da in der Nähe. Da, wo die Regierungsfeld-Polten sind. Okay. Jetzt sehen sie sehr kurz konservativ aus. Ah, okay. Es passt hier. Wir wählen sie, was es erwartest. Also es gibt ja manchmal auch so Standards-Ausrüstungen, die mir auch echt gut gefallen. Wie beim Faustkämpfer zum Beispiel, die Ausrüstung, die ich gerade habe. Also, oder? Ja. Joao. Und jetzt denn dann? Ja. Das hier zum Beispiel. Gefällt mir zum Beispiel richtig gut. Gut, und dann... Das ist jetzt hier... Achso. Mal. Äh. Ja. Äh. Ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Und ja, die Waffen oftmals leuchtende Zweige. Ja. Leuchtende Zweige sind doch schön. Und ich kämpfe hier ja auch gar mit einem Zweig. Einen wunderschönen Zweig. Unglaublich tolle Waffen. Weitmatch. Schau mal. Ich habe einen Stock. Der Meisterstock. Der Meisterstock. Der Herr der Stöcker. Ich darf verschreiben, wenn du fertig bist. Ja. Ich bin halt zu so einer Sequenz. Achso. Wir sind drei von der Tankstelle. Achso. Du, ihn sind ja Baumkuschler. Tja. Baumkuschler sollen ja auch toll sein. Habe ich mir sagen lassen. Äh. Kann ich irgendwas mit Level 8? Okay. Vergnügen wir uns mit Stuprovieh. Wie ich an. Oh, meine dicken Katze. Die ist zählt. Ach ja. Oh, was ist das denn da, Meme? Ist das ein Adler? Ist das eine Mülltonne? Nein! Es ist Superman. Okay, kannst mich wieder einladen. Das ist nur die Frage, wie komme ich hier wieder hoch? Achso. Erledigt. Ah, du bist ganz in meiner Nähe. Wer ein blauer Punkt entfährt sich immer weiter. Ah, ne, da. Wieso habe ich die Kampfmusik? Ich kreif doch gar nichts an. Das ist wahrscheinlich wegen mir, weil du dich bei mir in meiner Nähe bist und hast. Achso. Schau sie mal. Ach, da hinten stehst du. Ich glaube, ich muss Fates machen. Komm mal mit, bitte. Okay. Oh, ein Fade-Brike. Mhm. Ich habe mehr Erfahrung. Jetzt fühle mich zum Leveln. Mit meinem Droiden kann ich noch keine Fade- Äh, noch keine Innis laufen. Glaub ich. Ich glaube, er ist mit, ja, mit Stufe 15. Kann ich mit dem hier erst Innis laufen. Ich versuche zeitgleich mit dir. Ich habe hier gerade einen Zauber, den ich noch gar nicht einsetzen kann. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, warum. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ja, ich mir auch nicht. Äh. Was ist denn los? Ich weiß es nicht, aber eventuell ist das schon zeitlich was cool ist. Ich glaube, aber wir haben es vielleicht. Ladeweichen ist bei uns wohl. Ja. Stufe 7. Äh, die Fates knallen aber gut ran, die PMC. Ja, das stimmt. Mega. Das Gute ist halt, dass wir jetzt zu zweit sind. Weil meistens, wenn ich Fates gemacht habe, war ich alleine und habe voll auf die Fresse gekriegt. Das war schön. Nicht so, wo musst du hin? Äh, ja, unten wieder in die Kneipe. Ah, ah, okay. Okay, dann liest du Fates erst da hinten. Ach, nee. Bleib kaputt drauf, da hinten hinzurennen. Hui. Hui. Irgendwann kriege ich dich zu riesen Schildkröter. Gut. Ja. Okay. Jahr. Hoch. Master. Ja. Ha. Hash. Sab. Vielleicht wenn du soweit wirst. Ja. Muss ich mit Moody sprechen. Wo bist du denn, Moody? Weißt du Moody oder Moody? Moody, stimmt, sorry. Dann musst du einmal in die Hauptstadt. Oh, warum hab ich mein Tierchen hier nicht mehr drin? Warte mal. Ach stimmt, ja. Ich hab hier noch lange nicht. Das da. Moody muss einmal. Juhu, Tandemreiten. Hui. Oh, ganz schön am Schaukel, jetzt ist sie krank. Oh, neue Robe. Da-da-da-da-da-da. Da-da. Da-da da. Da-da. Was? Wer ist ne Neu? Muß mir nicht antworten, alles okay. Ja, wer hat ne neue Robe? Ja, du. Ach so, ja. Das ist endlich meine erste Ausrüstung, die ich für das... Ah, sehr schön. ...dinge, den ich in der Kriege... ...gegriffen habe. Weiß nicht, ich hab so viel Kack-Ausrüstung da drin, ne? Weil ich immer das genommen hab, was Plus gebracht hat, wenn ich für mich selber keine neue Rüstung gefunden habe. Aber hier lang. Oder? Ah ne, hier lang. Aber hier hoch. Es ist aber nie was für den Doiden dabei. Ja, das ist schlecht. Oh, ich müsste einmal davor drin sein. Äh, hast du einen Handworker schon vorbestellt? Ja, natürlich! Natürlich hab ich das. Ich's vorbestellt, sogar die Collectors. Nicht nur die normale. Ich hab also komplett alles rausgeballert. Was für ne Frage! Ich hab ja die Hoffnung, dass ich's vielleicht schaffe bis dahin. Wenn man dann einen O-Ring der EP-Bonus gibt. Hm? Ja! Haben will! Haben will! Haben? Haben? Dann! Oh, du siehst das Video so kurz. Ja. Ja, schön. Oh! Oh! Ah, da bist du! Dann musst du als nächstes da hin. Okay. Das muss ich auch noch machen. Hast du noch nicht, Hybrid? Hast du das einfach noch nicht? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe eine Woche, nachdem man es vorbestellen konnte. Hä? Was hast du gesagt? Ich habe ein Gästezimmer verfügbar. Ach so, ja. Da kannst du jetzt dann die Sachen machen, die ich zum Beispiel dann... Alles, das musst du natürlich nach und nach Falschheit. Weil da kannst du dich dann halt... Oh, ich sehe Luna. Ich habe Luna gesehen. Ich habe nur bei meinem Kostüm... Luna sitzt wie am Tisch. Warum habe ich Topflattenmalzer an Schuhe? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass man das schon kann. Doch, ich weiß gar nicht, seit wann. Ach hallo, hier seid ihr. Ja. Ich habe vergessen, wie man sich setzt. Ich bleibe einfach stehen. Einmal sitzen in den Chat rein. Also einmal die Slash und sitzen. Oder du drückst äh auf speziell und sitzen. Das geht auch. Äh. Speziell und sitzen. Also das dritte Symbol müsste das in seinem Sitzen. Du kannst es aber auch einfach in den Chat schreiben. Ja, habe ich gerade mit Slash-Hatter nicht akzeptiert. Händel soll sich wieder hinsetzen, du Arsch. Lass dich aufstehen. So, was ist der erste Tagungsordnungspunkt für heute? Ich glaube, du musst ins westliche Tarnalan, oder? Ja, ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Äh, ein Jubilie in Nöten? Ist das richtig? Moment, Moment. Ich weiß. Hier steht Erweiterung des Horizonts. Ach so, ah, okay. Dann ist es das noch. Okay, dann ist das das noch. Wo musst du hin? Immer nur den Auftraggeber, leider. Moment, Zement. Wobei, na gut, doch, die Koordinaten sind ja richtig. Ich weiß es auch nicht. Ich muss mir hiermit noch ein bisschen auseinandersetzen. Weil sonst könnte das sein, dass das hier noch im Raum ist. Mensch, Luna, alles fit? Was sitzt du hier so rum? Äh. Ja. Dann musst du da nochmal mit dir reden. Mit irgendjemandem hier. Glaub ich. Hier? Ja. Weil das zeigt immer noch hier in den Raum rein. Ach, Gott, yo. Weil, wie gesagt, die nächste Quest wäre dann, wenn mich nicht alles täuscht. Es kann auch die darunter sein. Ja, ja, stimmt. Sie sagt irgendwas von dem Jubilie. Okay. Oder er, oder sie, oder? Weil dann musst du nämlich ins westliche Tarnalan. Oh Gott. Wieso können die Spiele nicht so einfach sein wie damals? Was soll er jetzt hier? Was ist mit Freibriefe? Äh, ja, lass erst mal noch. Lass erst mal noch. Das können wir dann später auch noch machen. Das habe ich bisher auch sehr vernachlässigt. Ich weiß gar nicht, inwiefern man das... Komm ja. So, jetzt mit... Ich muss erst mal mit... Äh, nee, erst mal mit... ...da denen sprechen. Da denen, da denen. Aha. Da denen bist du denn. Im westlichen Tarnalan. Im westlichen Tarnalan. Ja, warte mal ganz kurz. Wo bin ich denn? Ich bin hier. Hier ist ein grünes Tärchen. Also, er sagt mir theoretisch, sagt er mir nicht hier. Ich muss irgendwo hier hin. Drück mir doch an den Bart. Ich kann es aber auch gar nicht markieren. Ey, wieso kann ich das denn nicht markieren? Wie gesagt, bei mir steht... Geh mal auf M. Ja. Dann geh mal so weit raus, dass du auf westliches Tarnalan klicken kannst. Da ging zumindestens der Fall hin. Ja, das stimmt schon. Ja, dann müssen wir uns westliche Tarnalan. Das kann ich auch markieren. Ja. Du musst es westlich an, sag ich doch. Ja. Ich hab mir nicht gesagt, dass du das nicht gesagt hast. Was hab ich nicht gesagt? Ich hab ja nicht gesagt, dass du das nicht gesagt hast. Warte mal. Das hast du, glaube ich, noch nicht... Können wir nicht dein Flugtier benutzen? Du hast es, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob du den... Ach so. Das geht nur, wenn du den Etyariten schon freigeschaltet hast. Und ich weiß nicht, ob du den freigeschaltet hast. Das kann sein, das kann aber auch nicht sein. Wenn ja, dann können wir uns beim nächsten Mal hin teleportieren. Das werden wir gleich sehen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal gemacht haben. Und ich gehe mal von außen, dass Luna da schon steht und auf uns wartet. Wenn sie in die Richtung... Also sie ist ein bisschen diese... Nach links ist abgebogen. Irgend unheimlich. Ach, Leute, hört doch mal auf, wie ich... Irgendwelchen FGs zu fragen. Hallo? Was denn? Ach so. Ja, wie willst du den ganzen Weg laufen? Eigentlich nicht, nein. Kannst du auch machen. Nee, fliegen ist doch schön, ne? Ja, siehste. So, dann guck gleich mal, ob du hier an dem Ding ist, dich... Da ist Luna-Übung schon. Äh, ne? Harmonisieren kannst du an dem Kristall hier. Wenn ja, äh... Wenn ja, dann... Wenn nein, dann nein. Dann kann ich dich das nächste Mal da auch hin... Ja, auch um zu nuckelnd. Ja, dann hätte ich dich nämlich nicht teleportieren können. Jetzt kann ich dich erst teleportieren. So, und hier müsste irgendwo deine Quest sein. Ja, das Glück hatte ich ja auch mit Luna und Venona. Dass sie mich einfach angst hin und her gefahren haben. Jetzt, äh, kann ich ja Gott sei Dank immer schon ein Stückchen zurückgeben und auch mal fahren. Fliegen. Habe ich ja bei Luna auch schon gemacht. Sehr schön. Äh, hallo, Sederis. Äh, ja, ich war auf Shiva. Oder bin auf Shiva. Hm. Komm mal. Irgendwas neues Ausrüstung ist, technisches Beformen. Jo. Sehr schön. Irgendwas soll er denn mit schon wieder. Äh, Tata. Ja, das ist eine Katze. Das ist meine, äh, dicke, fette, knuffige Katze. Die ich, äh, dank dieser wundervollen Person hier, hehehe, bekommen habe. Hehehe. Die hat sie mir damals ganz relativ am Anfang geschenkt. Zum Glück. So, jetzt ist ein Juwelier in Nöten. Ah, sie sieht so aus. Ah, okay. Juwelier in Nöten. Du. Äh, markier mal. Falls das hier nichts in der Gegend ist. Also. Na? Haha. Luna fährt schon wieder in Umacht. Ist der cool? Ja. Und ich guck mal, die kann sich auch zur Seite rollen. Ist genauso wie die hier. Hehehe. Nur, die, das, das Pet ist halt kleiner als mein großes Reitier. Hehehe. Hehehe. Die kann aber nicht platzen, oder? Nee. Nee. Hehehe. Gott, zwei fette Katzen verfolgen. Hehehe. 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 So, Herr Juwelier, wo sind sie denn? Da. Hehehe. 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 Ah, das war, das Ding mit dem Golfball. Ja. Hehehe. Ja, das Ding mit dem Golfball. Hehehe. 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 Kaya, dreh dich gleich mal ganz langsam um. Hehehe. Oh mein Gott, Kaya ist beschwunden. Hat mich eingesaugt. Warte, und jetzt auf Kaya fungsen lassen. Nein! Okay, die habe ich leider nicht. Da habe ich meine Punching-Bolle. Oh Gott. Wie frech. Wie frech. Alter. Boah, da würde ich aber mir würde echt schwindelig werden bei dem Vieh. Oh, hier sind mal Viecher, die etwas größer und stärker sind als ich. Und wahrscheinlich gleich schön auf dem Dainz. Wenn ich sterbe, wisst ihr Bescheid, warum. Ja. Oh, ich habe Schlaf erlernt. Wahrscheinlich erst mal noch sehr unwirkungslos. Oh, du bist Luffy-Elf. Bin ich? Ja, natürlich. Ach so. Das Problem ist, ich muss, ich lebe halt am besten mit Fates. Doch, ich bin jetzt gerade in... Danke. Heavensward. Also ich bin diese Woche, Mittwoch bin ich zu Heavensward gekommen. Endlich. Nach ewig... Ewigkeiten. Und jetzt, äh, helfe ich hier gerade... Oder helfen wir gerade Kaya. Dass er heute zumindest seine erste Inni schaffen kann. Dann gehe ich nämlich wahrscheinlich mit meinem Forstkämpfer rein. Äh, wo musst du als nächstes hin? Ja, ist, äh, theoretisch an dem Namen. Ich weiß... Nee, das ist noch das... Ja, das ist noch das, wo... Ich muss hier irgendwelchen Leuten einfach nur, glaube ich, ansprechen. Ah, okay. Ist... Äh, was muss ich brauchen? Warte mal. Ähm... Okay, ich muss die Stirn wiederholen. Ah, okay. Ich muss hier wieder was platzieren. Alles klar. Da hinten gibt's ein Feld, den ich machen kann. Ich kann ja vor noch einen. Moment, das ist eine andere Baustelle. Äh, ja, etwas. Etwas tater. Der Frische taucht sich nun ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich komme gleich noch mal kurz hoch. Gute Nacht. Eventuell mache ich den einen Fade gleich. So, ich bin gleich wieder da. Jups. Ich, äh, bring kurz mein Hasiput-T-Shirt ins Bett. Luna, passt schon auf dich auf. Joa, hing mal schon hier. Ich, The Apostel in Page von Von Vra dann .